Mein Name ist Wolfgang Lampe, ich bin der Erste Bürgermeister der Stadt Uffenheim. Wir sind heute hier in der Stadthalle in Uffenheim und heute hat der Neujahrsempfang der Stadt Uffenheim stattgefunden. Jeder Neujahrsempfang steht in einem bestimmten Motto. In diesem Jahr richten wir den Fokus auf ein ganz besonderes Ereignis in den Bezeiten unserer Stadt. Die Stadterhebung im Lachbleibs und Mordelverzübungen bei Kaisertanen der Stadt Uffenheim hat sich die Stadthalle in Uffenheim einbezogen zu beleuchten, sondern füllen wir auf einen Leuchttrack mit einer Wasserstoffproduktionsanlage ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017